Dominete Anoramus, lasst euch berichten nie mehr, so uns im Kloster zu Sol auf ihn, wie ihr Kronis selber erzählt, wie Kirin. Hausten im Walnetzels Räuber an für der Warkuniat. Ach, sie vergossen viel Christenblut, viel fromme Christenblut, raubten viel Geld und viel kostbar Mut, hausten im finsteren Wald, raubte bei Kiew der Kurdiar gar eine liebliche Macht. Tags mit der Liebsten vergnügt er sich, nachts in der Raubzüge aus. Da in dem grausamen Räuberz weckt das Gewissen der Herr. Sagte, warnend seiner Räuberschar, brach seinen Bogen und Pfeil, weite als Mönch einen Kloster sich, Gott und der Menschheit zum Heil. Dominete Anoramus, hat nun vernamen die Mer, so uns im Kloster zu Sol auf ihn, wie ihr Kronis selber erzählt, wie Kirin. und der Menschheit zum Heil. 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 Untertitelung des ZDF, 2020